Materialtransport und Lagerung Zwei wichtige Parameter, mit denen Stahlbau Ihnen die Effizienz für Serienfertigung oder Einzelkonstruktionen verbessert. Grundmaterial wie Profile und Bleche, aber auch Anbau- und Fertigteile werden auf Schwerlastpaletten in einem Hochregal gelagert. 1.500 Palettenplätze mit einer Gesamtkapazität von 4.500 Tonnen werden nach dem Prinzip der chaotischen Lagerhaltung softwaregesteuert bedient. Die Prozesskette einer vollautomatischen Fertigung hat Stahlbau Ihnen zum Beispiel in der Blechbearbeitung vollständig geschlossen. Von der bedarfsgerechten Bereitstellung des Materials bis zur automatischen Einlagerung fertiger Einzelstücke oder Komponenten. Stahlbau Ihnen. Tragende Lösungen. Effizient.